Gut, okay, jetzt gehen wir das hier erstmal alles ab. Bam. So, also einmal noch, dann ist das weg. Das ist in Arbeit, ich weiß allerdings auch gar nicht, wie viel dabei am Ende rumkommt. Acht Minuten. Okay, also ein paar Afghani fehlen noch. Ich tippe mal so auf, na machen wir mal drei, hier gerade wo die höchsten Lampen sind. Sind alles drei dieselben, naja. Da gibt es jetzt also ein identisches Ergebnis, um die 20 Blüten, dann passt das. Und, ähm, ja, für die Schokolade brauche ich Chemdog und Afghani. Na ja, komm, dann machen wir noch eine Afghani und zwei Chemdog. Wobei, machen wir mal drei. Dann, ähm, ja. Sicher ist sicher. Wie lange brauchen Brownies? Hm. 30 Minuten. Jetzt müsste ja eigentlich mein Schuppen wieder ein bisschen leerer sein. Ja, ein bisschen. Das heißt, ich kann mir jetzt halt auch überlegen, ob ich noch was repariere. Und das werde ich wohl auch tun, nämlich die Schlaglöcher. Denn ich möchte ja gerne noch mehr Lampen haben. Hatte ich ja beschlossen. Und, äh, da kann ich gerade mit so ein paar einzelnen, eingesammelten Sachen deutlich mehr erreichen. Als wenn ich jetzt mir denke, ach, ich, äh, werde mal hier Sachen für Häuser zum Bauen einsammeln. Dann, äh, bis ich die Sachen zusammen habe, vergeht noch Zeit. Und Lampen, da kann ich schneller was ausrichten. Ich meine, die Kompressoren brauche ich halt auch. Und wenn ich sie halt doch nicht brauche. Und, natürlich, klar. Und wenn ich sie doch nicht brauche, dann kriege ich die halt auch relativ schnell verkauft. So, also jetzt habe ich natürlich genau das Problem, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich kann das eine Teil nicht, oh, da sind noch zwei weitere Schlaglöcher. Ich kann das eine Teil nicht aufheben. Jetzt habe ich, jetzt brauche ich noch Platz für drei weitere Sachen. Die Kamera hat schon wieder aus. Ich werde mal kurz die Speicherkarte rausziehen und wieder reinstecken. Vielleicht hat das mit der Speicherkarte zu tun. Habe ich vielleicht was verstellt? Kann man die einstellen, dass die alle zehn Minuten ausgeht? Ekelhaft. So, ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Das bringt mich ganz aus dem Konzept. Ich weiß nicht mehr, worüber ich gerade gesprochen habe. Ähm, aber ich denke, es ging darum, dass ich die... Ach, genau, ich war gerade dabei. Hier, die Schlaglöcher. Alles klar, ich muss drei Sachen, drei Sachen verkaufen. Ich habe ja zum Glück noch einfach frei. Vielleicht haue ich da nochmal ein bisschen Zement rein. Das sind genau drei. Warte mal, wie viel Plastik brauche ich für das nächste Upgrade hier auf der Bahnstation? Nur neun. Dann werde ich einfach, werde ich einfach ein Packen Plastik verkaufen. In der Hoffnung, dass A, wenn ich später irgendwann wiederkomme, hier wieder ein Platz frei wird. Ich könnte natürlich Diamanten nehmen, um einen neuen Ladenplatz zu kaufen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich erstmal die Produktionsgebäude verbessern will. Dann als nächstes habe ich halt hier die Bäckerei. Da habe ich halt nur vier. Wohingegen ich hier bei den kleinen Produktionsfeldern schon fünf habe. Hier und da. Und dann will ich die Fabrik und die Bäckerei jeweils auch noch auf das fünfte Feld freischalten. So, also ich habe das Plastik verkauft. Das heißt, ich kann das hier alles aufheben. Ich hatte aber noch eine dritte Sache. Ah, hier. So, und jetzt schauen wir mal, was sich geändert hat. Also die Klimaanlage ist geblieben. Dann haben wir hier total viele Lampen. Ist die, wo, wo ist die? Ach, das sind die Lampen hier. Okay. Also schauen wir mal. Ich kann hier eine Lampe upgraden und da. Ich kann hier also tatsächlich... Gibt es keine Lampe, die ich nicht upgraden kann. Okay. Wie ist das hier? Die ganz großen gehen noch nicht. Klar. Aber die geht. Die geht auch nicht. Die geht nicht. Die geht. Die geht. Die geht. Was kommt dann nach der schwarzen? Nach der schwarzen kommt eine silberne. Und was brauche ich, um so eine abzugraden? Da brauche ich noch ein paar hiervon. Noch zwei... Zwei... Da steht immer Steckdose, aber das sind Lampenfassungen. Dann gucke ich doch jetzt noch einmal, ob jemand zufällig gerade Lampenfassungen verkauft. Manchmal habe ich Glück und das passiert tatsächlich. Und dann könnte ich mein Lampengame etwas schneller hochschrauben. Gerade was die krassen Lampen angeht. Dann zumindest eine krasse Lampe schon mal zu haben, wäre geil. Aber... Es sieht gerade nicht danach aus. Oh... 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 Ist nichts dabei, ist aber auch nicht schlimm, denn ich kann ja andere Lampen upgraden. Wofür war die Chemdoc? Nee, für noch mehr Schokolade, genau. Jetzt kriegt er erstmal sein Kram. Dauert acht Stunden, Patsch. Ist das weg. Setze deine Vision in die Tat um. Ich bin dabei, Rob. Mach du deinen Job, ich mach meinen. So, jetzt brauche ich Afghani und Chemdoc. Wir haben hier Afghani und diese Afghani war für die Mission im Vertriebszentrum. Ich muss mir unbedingt merken, wie das Ding heißt. So, und hier haben wir noch eine Chemdoc. Ähm, danke. Ich habe einen Meilenstein erreicht. Das freut mich, das freut mich sehr. Äh, aber ich möchte jetzt erstmal das hier abgeben. Bam. Das ist dann jetzt schon mal Maximum. Dann arbeite ich jetzt daran. Ich habe 41 Glas? Habe ich echt 41? Tatsächlich? Das bedeutet... 5, 10, 20, 30, 35 brauche ich, um das Ding komplett zu füllen. Jetzt gerade ist der Laden aber sowieso voll. Das heißt, ich könnte das tun hier. Patsch. Patsch. So, ähm... Jetzt müsste ich 34 davon noch haben. Ja. Gut, ähm... Vielen Dank.